Es ist soweit, in wenigen Minuten startet das Nachtesfeuerwerk des Adventskalenders. Ich darf die Kinder bitten, bei euren Eltern zu bleiben und ein paar Leute zurück. Wie ich meine Kinder immer sage, das Feuerwerk startet vom Nordpol aus hinter dem Rathaus. Nach wenigen Minuten, ich wünsche denen alle zusammen eine frohe und gesunde Weihnachtszeit. Und dann gab es eigentlich ein Tausstand und ich sage, Feuer frei! Musik Ja, ja, ja. Und sie tied in two conception, sie broke your head, sie cut your head, and broke your head, so clean. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020